Der Lkw ist mit dem Lkw frontal zusammengestoßen. Der Lkw ist aufgrund des Zusammenpralls von der Straße abgekommen, steht jetzt in einem Vorgarten, muss aufwendig geborgen werden, weil er nicht mehr fahrtüchtig ist und die Straße deshalb erstmal vollgesperrt ist und bleibt. Der Lkw ist mit dem Lkw. 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 Der Lkw ist mit dem Lkw.